Wir wählen einen Spieler und der wird wie sogenannte Frost bestimmt. Seine Aufgabe ist, die anderen Spiele zu fangen, indem er sie berührt. Die gefangenen Spiele sind eingefroren. Die anderen können die retten, wenn sie unter den breitbeinig gestellten Beinen der gefangenen Spiele durchgriechen. Der Frost darf dabei die rettenden Spiele nicht fangen. Das Spiel endet in dem Moment, wenn der Frost alle Spiele gefangen hat oder wenn die Leute das sagen. Das Spiel kann modifiziert werden. Die erste Modifizierung ist so, dass mehrere Spiele aus Frost bestimmt werden und die dann gemeinsam arbeiten. Oder die gefangenen Spiele gehen in die Hocke und werden dann von den rettenden Spielen übersprungen werden. Oder die dritte Möglichkeit ist, dass zum Berieren und Einfrieren der Spiele ein Gegenstand bestimmt werden muss und die gefangenen Spiele dann umgelaufen werden müssen.